So, hallo. Wir wollen jetzt den Tiberium-Konvoi beschützen. Diese kleine Mission, die ich nicht unbedingt machen müsste, aber ich will ja alles zeigen. Und ich denke mal, wow, die sind sogar schon befördert worden. Dass ich gleich hier am Anfang mein Lager aufschlagen kann. Das macht es im Gegner zwar einfacher, weil er genau weiß, wo ich bin. Höchstwahrscheinlich, aber ich habe hier keine große andere Wahl, weil hier das Tiberium liegt. Und ich denke mal, dass ich erst mal mich hier ein bisschen im Lager aufhalten werde. Solange ich noch so angreifbar bin. Und mit etwas Glück kommt der Gegner auch nicht mich bedrängen, solange ich hier kaum noch Verteidigung habe. Ja, das ist aber blöd. Bisschen rumgucken würde schon. Das ist halt die übliche Standardprozedur. Erstmal Raffinerie in Auftrag geben. Und so weiter. Und währenddessen kann man dann die Karte erkunden. Das ist wieder so eine abgefahrene Musik. Die hat man auch nur bei den Nord-Missionen, bei TDI habe ich die nie gehört. Hm, nicht gut. Aber sie haben mich nicht wirklich erwischt, glaube ich. Und sie verfolgen mich nicht, das ist das Wichtigste. So, das lief doch ganz in Ordnung. Ordnungsgemäß. Nord-Mods sind halt so ein Vorteil für so Aufklärung, weil sie sehr schnell sind. Bau abgeschlossen. Die können dann auch ruhig mal dem Feind entfliehen, errichten sie an Stützpunkte und bauen sie eine Tiberium-Abfallanlage. Ah ja. Ihr müsst eine Tiberium-Abfallanlage bauen, um die Substanz zu speichern. Ach, das müssen wir. Ihr habt gebaut. Ähm, mach ich aber noch nicht. Ich muss erst mal ein bisschen... Ich hab kaum ein Tiberium. Das ist nicht gut. Da konnte ich jetzt leider nicht mehr ausreichen, da war ich zu langsam. Auf jeden Fall klare Verhältnisse. Ich weiß genau, wo der Gegner ist. Moment, ich guck nochmal hier ein bisschen, ob ich da noch irgendwo hoch kann, oder ob der Gegner da runter kann. Blau. Immerhin. Blau ist gut. Ne, da geht's nicht hoch. Hoffentlich gibt's hier irgendwo noch Tiberium. Das habe ich ein ziemliches Problem. Aber immerhin scheinen, die GDI nicht anzugreifen, solange ich nicht komme. Das gefällt mir. Aha. Tiberium. Das gefällt mir noch viel mehr. Bau abgeschlossen. So. Nochmal die Offenbarie. Moment. Lohnt sich noch ein Sammler? Ja. Würde schon sagen. Wird hergestellt. Hm. Fail. Abgebrochen. Gestoppt. Okay. Wir wissen, was das heißt. Wir haben klare Verhältnisse. Wir müssen eigentlich nur noch warten im Moment. Und deswegen... Zack. Oh, sie kommen. Wir brauchen Silo. Das ist böse. Einheit verlosen. Warum kommen die denn jetzt plötzlich? Haben die ganze Zeit auch nicht gemacht. Na gut, dann geben wir denen ein bisschen Energie. Inzwischen ist Energie sogar ein bisschen wichtiger geworden als sonst. Bau abgeschlossen. Neue Baumöglichkeiten. Ähm. Gibt es hier kein Testzentrum? Technologie? Ach, dann muss ich erst das bohren. Wird gebaut. Clearly. Was waren die gar nicht? Das war ein neuer. Hm. Bau abgeschlossen. Hm, hm, hm. Neue Baumöglichkeiten. Das sehe ich gern. Wird gebaut. Ich glaube, ich versuche es mal nur mit Artilleries. Ich habe gerade so Bock drauf. Und ich kann eh irgendwie... Bau abgeschlossen. Ach, ich habe jetzt erst noch... Jetzt keine Sorbonne genommen. Artillerie ist am besten. Einheit bereit. So geniale Dinge. Die waren meine größte Furcht als GDI-Kommander. Einheit bereit. Und sonst brauche ich jetzt nichts grosses. Ich will jetzt lieber Einheiten bauen. Einheit bereit. Ja, wie gesagt, der große Nachteil an denen ist halt... Das sie sich aufbauen müssen. Einheit bereit. Hihi. Aber das ist hier der große Vorteil. Einheit bereit. Dann haben sie keine Chance. Einheit bereit. Einheit bereit. Nochmal ein bisschen Abwechslung. Können wir schon gebrauchen. Einheit bereit. Boah, diese Musik. Ohohoho. Einheit bereit. Einheit bereit. Da haben sie keine Chance. Ich bin so eine Übermacht mit Artillerie. Total overpowered. Einheit bereit. Also die Abwehr ist schon mal gesichert, definitiv. Einheit bereit. Jetzt frage ich mich aber, wie ich dieses... Was sollte ich bauen? Einheit bereit. Tiberium Abfallanlage. Wie kann ich dieses Land bauen? Zu wenig Geld. Die ist noch nicht irgendwo hier. Oder ich übersehe sie. Was könnte dafür nötig sein? Vielleicht das hier. Keine Ahnung. Einheit bereit. Bau abgeschlossen. Tja, bitteschön. Jetzt ist das Tiberium alle rechts. Äh, rechts. Neue Bauung. Ah, da ist es. Wird gebaut. Also war das tatsächlich nötig? Ist auch irgendwie logisch. Ist auch irgendwie logisch. Denn das brauchen wir ja dafür, dass die Rakete kommt. Und so war das, glaube ich. Und so war das, glaube ich. Bisschen mehr auf Angriff setzen und von der Waffenfabrik weggehen, sonst ist nicht mehr genug Platz. Und bei so mit so bin ich total froh, da muss ich kurz speichern, da will ich sicher gehen. Dass ich die Geschwindigkeit erhöhen kann. Das hätten wir ja tausend Videos. Zu wenig Energie. Wird gebaut. Mögen? Mögen. 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 kommt von da oben und gegen verloren toll was sind noch mal meine einsatzziele das will ich kurz mal nachprüfen zerstören die die da ja wie kreativ na gut dann jetzt habe ich aber einheit das ist schön zuzusehen verstärkung wo die leider müssen hier direkt durch die die allgebiet das ist aber gar nicht nett dann gehen sie nämlich gleich verloren leider leider wo der rast ab und tschüss einheit blöd konvoi lkw verloren artilleries sind absolut der überbringer so viel schon mal klar jetzt gehen wir schon ein bisschen auf angriff über denn das einzige ziel lautet jetzt noch die zu zerstören sollte auch nicht so schwer sein flack 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 aber ich habe ja auch hier ist der ist panzer zum glück habe ich ein paar gebaut verstärkung ist eingetroffen die bringt mir aber nichts weil die gleich zerstört wird diese verstärkung ach die gehen wieder weg sehr nett das finde ich echt zuvorkommt ich brauche kein flack ich brauche mein stellspanzer unmöglich gegen so eine übermacht hier anzukommen mit denen vielleicht nein unser stützpunkt wird angegriffen zu wenig geld nicht gut aber der allein also keine chance wenn der computer wie der mensch manchmal mit 20 flugzeugen angreifen würde wie ich es auch schon gerne gemacht habe dann wäre das eine gefahr dann könnt ihr meinen bauch zerstören aber nicht so das macht ihr denn jetzt nicht hinterher so 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 so